Hallo, die Lösungen auf Teams. Das ist die Frage. Du öffnest die App Teams, schaust dir in unserer Klasse den Mathematik-Kanal an, dann hast du oben die oberhalb der Beiträge dir teilen und wählst mit Brüchenrechnen oder Lösungen den Lösungsordner aus. Dort findest du all deine Lösungshefte, die du brauchst. Bedien dich, korrigiere und lerne. Auf Wiederschauen.